Ähm... ...des Frostzaubers... Oh... Yeah... Gut, gut... Ja... So, hier habe ich jetzt alles abgesucht... ...und jetzt nur auf der Seite... Was haben wir denn hier noch Schickes? Hier haben wir... ...nichts mehr außer einen Zirkel... ...und... ...eine Truhe... ...na... Wow... ...die Truhen sind irgendwie... ...finde ich viel zu einfach zu öffnen... ...so... ...lasst mal ein bisschen bitte... ...ääh... ...Entropie... ...Widerstehe Gift... ...wider... ...Magie... ...widerstehen gegen Synergie... ...ja... ...bitte einmal... ...so... ...herstellen... ...so... ...Mana wiederherstellen... ...perfekt... 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 ... ...so... Da ist eine Milchung fehlgeschlagen, da ist wieder festige Handwerkskunst. Frostschutz, nein! Okay, ein bisschen Chemie muss immer sein, gut, gut, hier haben wir jetzt auch alles durchs Buch und einmal ab da rein. Das gefällt mir aber auch nicht. Auf jeden Fall einmal speichern. Hm, warte. Ja? Ja? Das wundert mich hier auch nicht. Oh, was zum... Das ist kein Labor, das ist eine Gruft. Schwarzer Seelenstein. Hm, Kettenhandschuhe, brauche ich nicht. Kiraj, jetzt wissen wir, dass es wirklich nicht bei Kleintieren geblieben ist. Aber was ist das für eine Flüssigkeit, in der die Körper schweben? Äh... Hm, verstehe. Ja. Siehst du das? Ich habe mich doch noch nicht mal... Ein Kristall, aber so matt, als wäre... Alle Energie... Ey! Energie ist Leben. Und Energie ist Tod. Weniger, nicht zu wenig, aber weniger. Enttäusch mich nicht, diesmal nicht. Entzogen worden. Vermutlich war das eine Art Test für das Experiment mit dem schwarzen Stein. Was meinst du? Ähm... Was? Er muss... Aber wozu? Dann wäre der Engel eine Art Extraktor? Das wird immer konfuser. Komm, lass uns nach der zweiten Losung suchen. Was? Wir haben das Losungswort? Ja, aber das erstmal kurz hier, ne? Geldbeutel und... Groschen und... Und... Magie und Lebenstränke. Und so ein bisschen was am Zeug. Was wir hier alles haben. Blutige Stofffetzen. In eine Truhe, die wir... In eine Truhe, die wir... Was? Was man hier... Nicht alles findet. Ja, gut. Dann latschen wir jetzt zum zweiten... Turm... Hallo. Come to the tree. Stand der gerade auch schon da? Der Typ macht mir irgendwie Angst. Ziemlich Angst. Ziemlich Angst. Gut. Aber es ist schon geil, wie lange man sich hier allein schon auffällt. In diesem einen Raum. Ich bin gespannt, wie... Was der andere Raum wirkt. In den Speisesaal. Der müsste ja weniger spektakulär sein. Eigentlich. Der kluge Junge und der Weg ist toll. Der Pfad, die Götter. Ähm... Ja... Einmal bitte speichern. Er weckt der Diener. Er weckt der Diener. Er weckt der Diener. Er weckt der Diener. Oh... Was haben wir denn hier? Schickes. Ne? Was war das? Handschuhe waren das, ne? Elementar-Zauberkosten... 10% weniger Mana. Das habe ich gerade in der Hand. Entropie-Zauber. Äh... Ist aber weniger geil. Aber es ist kein Z-Gegenstand. Das bedeutet, ich könnte die Wurst nur noch erreden. Oh, ho, ho. Hey! Hallo! Wo ist denn hier meine Freundin? Erstmal was essen. Einmal Kartoffelsuppe. Omas gute alte Kartoffelsuppe, die immer besser schmeckt, wenn man sie nur einen Tag lang hat ziehen lassen. Das ist doch die einzig wahre Kartoffelsuppe. So. Aber hier ist jetzt nichts, oder? Zerstörtes Buch. Tintenfass. Tinten... Ne, ne, ne. Ne. Hm. Dann... Dann ab nach oben. Dann ab nach oben. Dann... Der linke Turm. Die Limmerstopp. Weichern. Leben ist Toberwisg. Okay. Gut. Das Schloss nach Hinweisen durchsuchen. M. Wieso muss ich jetzt wieder den Saal nach Hinweisen durchsuchen? Was ist denn jetzt los? Wieso muss ich jetzt den Saal? Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber in Ordnung. Also ich habe noch nicht alles hier durchsucht im Forschungsraum oder wie. Sieht ganz so aus, als fehlt mir da was. Gut, gut. Gucken wir nochmal hier oben. Im Vorschuss. Raum. Es fehlt uns. Ah, super. Was denn? Lass uns einfach auf der Hut sein. Ja, gut. Wow. Irgendwas ist hier ziemlich verpackt. Oder? Ja. Hm. Wieso? Hallo? Das ist irgendwie ziemlich verpackt hier. Hm. Hm. Habe ich irgendwas in den Objekten, das ich benutzen kann? Hm. Warte mal. Ich muss ja vielleicht näher dran. So. Objekte. Thorium. Und schwarzen Wernstein. Und schwarzen Wernstein. Oh. Uh. Mhm. Mhm. Äh. Hm. Hm. Hm, hm hm. Hm. Die Dinger sind fest. Kann ich nicht wegrollen. Eine gute Frage. Was mache ich mit dem Stein? Naja, ich speichere hier und äh... Mache erstmal Schluss für heute und guck halt morgen mal weiter, denn... Es ist schon wieder 1 Uhr und... Solange möchte ich jetzt auch wieder nicht spielen. Also... Bis zum nächsten Mal. Hau rein.